Wer ist der Mann, der ist Komponist, der die Klänge ist und der Mälzer ist? Wer ist der Mann, der bei jedem Instrument einen Klang entdeckt, den noch keiner kennt? Wer ist dieser Mann, der was alles kann? Ja, das ist doch klar aus Amerika, Mr. John Cage, Mr. John Cage, Mr. John Cage, Mr. John Cage. Er hört mal, was er will. Das klingt so komisch. Er weiß nicht ein Kuh an, wie ein Klavier klingen muss. Normalerweise klingen Klaviere ein bisschen anders. Aber wenn man ein Stück von John Cage spielt, dann ist alles irgendwie anders. Sie haben, wir müssen mal ein Klavier werden. Ach du Tickesrein, was ist denn da drin? Schrauben! Da ist auch ein Radierbogen drin. Ja, Radierbogen sieht man da nicht, aber Radierbogen klingen so. Und wie hört sich das denn an, wenn man so ein ganzes Stück spielt? Sie hören nur das Stück 433. und wie hört sich das Stück 433. Und wie hört sich das Stück 433. Vielen Dank. Du darfst dazu malen, was du dabei führst. Du darfst dazu malen, was du dabei hast. Ich finde, wir könnten doch eigentlich alle zusammen ein Stück komponieren. Nicht nur zum Beispiel mal selber ein Stück komponieren. Wer wäre das? Du darfst dazu malen, was du dabei hast. 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017